Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MedTalk on Air. In der letzten Folge haben wir über Simulation in der Medizintechnikbranche gesprochen. Und auch in dieser Folge geht es in eine ähnliche Richtung, und zwar um Digitalisierung, aber genauer gesagt um Arbeitserleichterungen und Vereinfachungen für Unternehmen. Es geht um die Digitalisierung in den Bereichen Regulatory Affairs und Qualitätsmanagement. In vielen Unternehmen, vor allem in den kleinen und mittelständischen, sitzen hochqualifizierte Personen da und müssen sich zum Beispiel mit der technischen Dokumentation beschäftigen. Dabei wären solche Fachkräfte woanders viel besser aufgehoben und könnten eine viel sinnvollere Arbeit verrichten. Aber die Digitalisierung ist bei Weitem noch nicht in allen Unternehmen angekommen und das Potenzial ebenso wenig ausgeschöpft. Und wie in jeder Folge haben wir auch dieses Mal wieder einen Experten ins Studio eingeladen. Dieses Mal den Digitalisierungsexperten Michael Kania, Geschäftsführer von Medevo. Hallo Michael. Hi. Und ebenfalls mit dabei Julia Steggeler, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH. Hallo Julia. Hallo. Michael, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, stell doch dich und dein Unternehmen mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Also, ich bin Michael, ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Regulatorik unterwegs und ich habe 2018 Medevo gegründet mit dem Ziel eben zu automatisieren, zu digitalisieren, Prozesse zu verbessern und zu beschleunigen auf jeden Fall. Ansonsten bin ich verheiratet, habe eine wunderbare Frau und drei tolle Kinder. Und du hast einen richtig weiten Anfahrtsweg auf dich genommen. Das ist richtig, aus der Richtung Fulda-Bad Hersfeld heute zu euch. Bis nach Tuttlingen. Bis nach Tuttlingen. Das freut uns natürlich umso mehr. Klasse, dass du da bist. Sehr gerne. Digitalisierung. Man könnte jetzt meinen, super, ich habe ein Office-Programm auf meinem Rechner und verschicke E-Mails und denke, das ist Digitalisierung. Da steckt aber doch was ganz anderes dahinter. Wie würdest du es umreißen? Was ist Digitalisierung eigentlich? Das ist sehr, sehr wichtig, diese Definition, weil viele wundern sich, ist das irgendwie, wenn ich jetzt so ein Blatt Papier nehme, einscanne und dann ein PDF irgendwo ablege, ist das schon Digitalisierung? Ich benutze doch Word, das ist doch irgendwie auch ein digitales Tool. Ist das schon Digitalisierung? Und das ist, glaube ich, etwas, was erstmal definiert werden muss, beziehungsweise es ist definiert. Wir reden eigentlich nicht über die klassische Digitalisierung, sondern über die digitale Transformation. Das wird oft verwechselt. Und die digitale Transformation ist etwas, das durch immer neuere Innovationen getrieben wird. Und immer schneller. Und immer schneller passiert, genau. Und nicht zuletzt natürlich auch durch neue Mitarbeitenden, Unternehmen, die halt aus einem ganz anderen digitalen Umfeld privat auch schon kommen und sich dann wundern, was dann eigentlich in der Medizintechnik los ist. Besonders bei den papierlastigen Abteilungen wie QM und Regulatory. Ja, also ich versuche das auch für mich immer so zu greifen. Ich bin jetzt ja keine IT-Expertin per se, aber für mich heißt Digitalisierung auch immer, auch wenn ich jetzt an unseren Medical Mountains denke, die Prozesse müssen schneller werden, müssen effizienter werden und sie müssen durch Digitalisierung entlastet werden. Das heißt, es geht eigentlich immer um eine Professionalisierung der Prozesse. Absolut. Und da würde ich noch einen draufsetzen. Es geht nicht nur darum zu sagen, ich benutze jetzt vielleicht nicht mehr eine Excel-Tabelle für einen QM-Prozess, sondern habe dann irgendwie ein eQMS-Tool dafür. Sondern es ist ja auch der Mindshift, der erfolgen muss. Das heißt, die Mitarbeiter im Unternehmen, die müssen ja auch verstehen, was das bedeutet, digital zu arbeiten. Dass es dann nicht nur heißt, okay, ich habe jetzt kein Blatt Papier mehr in digitaler Form, sondern ich habe Dateneinheiten zu einem QM-Prozess zum Beispiel, die dann irgendwie abgelegt sind. Sondern ich kann ja damit was machen. Es ist ja nicht einfach nur eine Kappa, die digital als Rekord irgendwo abliegt. Ich kann mit diesen Daten was machen. Und dann wird es spannend. Absolut. Und wenn wir jetzt mal genauer hinschauen. Qualitätsmanagement, Regulatory Affairs ist ja ein weites Feld. Was kann man denn konkret digitalisieren an Prozessen darin? Ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir denken mal an das Jahr 2020, wo die Pandemie angefangen hat und wir drastische Einschränkungen hatten. Und dann mussten wir plötzlich was tun. Und plötzlich lag dann so ein Tool wie zum Beispiel Zoom MS Teams rum und dann hat man es plötzlich eingesetzt. Deswegen, was man eigentlich digitalisieren kann, man darf da nicht anfangen, in irgendwelchen Boxen zu denken. Man muss wirklich ganz frei drangehen und überlegen, was für Technologien gibt es aktuell? Wie können wir diese einsetzen? Und am Ende, was ist rausgekommen? Noch heute weniger Pendelverkehr vielleicht, weniger Meetings vor Ort nach USA und Europa. Wir haben also nicht nur Kosten gespart jetzt letztendlich, sondern auch noch mehr Lebenszeit. Also eigentlich Win-Win-Win, wenn man noch an den Geschäftspartner denkt, den man dann treffen möchte. Wenn es dann um unser Thema heute QM und RA geht, gehen wir, also wir als Medevo, entwickeln unser Produkt ja auch agil. Und da steht der Business Value sehr, sehr zentral im Mittelpunkt. Und das raten wir eigentlich auch bei unseren Kunden, dass man nach Business Value geht. Wenn ich überlege, was ich digitalisieren möchte, schaue ich mir an, wo habe ich den größten Mehrwert? Oder wenn mir das zu kompliziert ist, eine einfache Übung ist zu sagen, was tut am meisten weh aktuell? Welcher Prozess eiert gerade? Bei welchen Prozessen müssen wir zum Beispiel viel zu viele Meetings einbraumen, um dann darüber zu sprechen und das auszudiskutieren? Das ist ein wichtiger Indikator. Diese Übung machen wir manchmal mit Kunden, bevor wir dann in ein Projekt gehen, um zu identifizieren, ja, wo hakt es eigentlich? Und dann hat man schnell so den ersten Golden Nugget und dann identifiziert man so eine goldene Route und dann iteriert man durch und wird dann immer schneller in den Prozessen. Heißt aber eigentlich auch, es gibt nicht die Gesamtlösung, die jetzt komplett das ganze Unternehmen von vorne bis hinten digitalisiert, sondern man muss ganz genau seine eigenen Anforderungen kennen, eben genau schauen, welchen Workflow möchte ich denn eigentlich jetzt hier unterstützen durch Digitalisierung und dann eben Schritt für Schritt gehen? Richtig. Und weil du nach Beispielen gefragt hast, der Klassiker jetzt ist natürlich zu sagen, ich habe jetzt meine QM-Prozesse aufgesetzt, sei es jetzt Change, Kappa, Complaint und das möchte ich jetzt irgendwie in einen digitalen Prozess bringen. Dann denkt man natürlich gleich an ein EQMS-System, da gibt es ganz viele am Markt und da kann man eben identifizieren, was sind meine speziellen Anforderungen, die dann halt gut getroffen werden bei dieser Geschichte. Und bei der RA dann klassischerweise jetzt mittlerweile die Automatisierung von Dokumenten und Dokumentenstrukturen für Länderzulassungen zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu haben. Stichwort Business Value. Man hört ja immer wieder, Digitalisierung kostet mehr, als das sie bringt. Ist das auch für euch so ein Thema mit den Kunden? Wird das auch immer wieder angesprochen, dieser Kostenfaktor? Ja, natürlich ist Kostenfaktor immer bei einem Gesprächsthema, ja, oder wird beleuchtet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Kunde verstanden hat oder wenn der Hersteller verstanden hat, was für Benefits er damit sich einkauft eigentlich, dann ist dieses neues Buzzword dann Return of Invest, ist natürlich dann ganz schnell geklärt, was das angeht. Und die Kostenstrukturen, es kommt ja natürlich ganz darauf an, was man denn digitalisieren möchte. Sprechen wir von komplexen ERP-Strukturen auf zum Beispiel SAP-Basis, wo es dann wirklich gleich sechs- und siebenstellig werden kann. Oder geht es vielleicht um kleine Tools, die man einsetzt, um den Arbeitsalltag schon mal zu erleichtern? Ich meine, wir bekommen das ja auch immer wieder mit im Gespräch. Gerade jetzt, Tuttlingen ist ja auch bekannt, wir sind hier in einem Cluster, wo eben über 90 Prozent der Unternehmen wirklich kleine Unternehmen sind. Ich sage jetzt nicht mal kleine und mittelständische, sondern wirklich kleine. Und die gucken natürlich drei-, viermal, wo investieren sie rein und wo nicht. Und man bekommt in so typischen Gesprächen dann schon auch oft die Antwort, naja, aber warum soll ich denn jetzt da rein investieren? Ich habe doch meinen Mitarbeiter, der macht es doch. Wenn man dann aber tiefer ins Gespräch geht und auch mal mitbekommt, was für ein Frust da auch da ist bei genau diesen Mitarbeitern, weil sie sich damit beschäftigen, mit irgendwelchen Excel-Listen, dann müssen sie wieder was suchen, dann passen sie wieder was an, dann müssen sie wieder was suchen, dann verschicken sie was. Und eigentlich letztendlich sind das ja Stunden um Stunden, die eigentlich nur mit Suche und Anpassung und dann geht was schief und dann wieder Suche verbracht werden. Und wenn man dann mal rechnet, also es ist eigentlich auch eine einfache mathematische Rechnung, was kostet mich denn dieser Mitarbeiter pro Stunde? Korrekt. Jetzt gehen wir mal davon aus, der verbringt eine Stunde pro Woche nur mit Suchen. Jetzt habe ich nicht nur einen in RA und QM, sondern ich habe mehrere. Dann kommt man ganz, ganz schnell auf eine Rechnung, wo man mal locker schon mal auf 20.000, 30.000 Euro im Jahr kommt. Und ich meine, das ist ja auch schon mal immerhin eine Summe, mit der man schon mal anfangen kann und bestimmte Workflows umzusetzen. Absolut. Und wir haben teilweise Prozentangaben gehört bei Hersteller von 40 Prozent Suchen plus Copy-Paste-Aufgaben für das Reporting, für die Pläne und so weiter. Ich glaube, dass man die Summe da ganz schnell nach oben bekommt, wenn man mal tiefer gräbt, was der Mitarbeiter da eigentlich macht. Und wenn ich einen Mitarbeiter gewinne, der jetzt frisch von der Uni kommt, vielleicht sogar promoviert, sein Leben ist durchdigitalisiert, würde ich mal behaupten. Richtig. Und der hat eine ganz andere Herangehensweise an Probleme. Und wenn ich dann den da hinsetze und dann macht er diese Copy-Paste-Aufgaben, da spreche ich natürlich auch von Motivation von so einem Mitarbeiter. Also es geht ja auch darum, wir haben ja nicht unendlich viele Fachkräfte am Markt aktuell bei QM und RA. Und das ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität. Um auch den Frust zu vermeiden, ist aber ein ganz gutes Stichwort, was du angebracht hast, was wir auch erleben bei den kleineren Unternehmen, wenn man ins Gespräch geht. Ich glaube, es ist nicht nur ein Problem oder eine Hürde, mache ich diese finanzielle Investition oder nicht, sondern hier gibt es tatsächlich auch ein Sprachproblem. Und der Unternehmer per se spricht nicht unbedingt die Sprache eines IT-Experten. Und jetzt sind wir eben inzwischen an einem Punkt angekommen, dass es jetzt tolle IT-Experten geben, die aber durchaus die Sprache der RA sprechen und des QM. Und das braucht es ja auch. Ansonsten kommt man da auch nicht zueinander. Richtig. Und ich glaube, da sind wir auch wirklich einen wichtigen Schritt weitergekommen, dass man jetzt eben nicht mehr übersetzen muss, sondern dass man jetzt wirklich die gleiche Sprache spricht und einander versteht. Und der IT-Experte auch die Prozesse versteht. Und da kommt man jetzt richtig zu tollen Lösungen, die entlasten. Absolut richtig. Und du hast ja vorhin gesagt, digitale Transformation immer schneller. Die Innovationen kommen immer schneller. Und das ist das, was wir die letzten fünf bis zehn Jahre sehen. Es sind nicht mehr sogenannte horizontale Lösungen, die für alle Branchen gelten, sondern es gibt immer mehr vertikale Lösungen, die sich wirklich mit den Problemen auseinandersetzen und dafür fokussierte Lösungen dann erarbeiten. Aber es ist ja nur so, wenn sich ein Unternehmen dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, das Programm ist ja nicht über Nacht implementiert. Das setzt ja voraus, dass auch im Unternehmen ein Prozess angestoßen wird. Nun könnte ich mir vorstellen, dass sich vielleicht der ein oder andere damit schwer tut und sich da auch vielleicht Hürden auftun bei dieser Implementierung. Würde mich interessieren, was sind denn so die klassischen Hürden und was kann man denn dagegen tun? Also ein Phänomen, was wir öfter beobachten, ist, dass erst die Erwartungen zu niedrig sind, weil man nicht weiß, was geht. Dann sieht man, was geht, dann möchte man am besten alles oder 120 Prozent haben. Und dann stellt man sich vor, dass man in einer, wir nennen das Big Bang Implementierung, alles auf einmal löst. Alle Probleme, es wird alles gut. Und das ist ein absolut gefährlicher Ansatz. Also ich persönlich in meiner Laufbahn habe noch nie gesehen, dass so eine Big Bang Implementierung funktioniert hat. Wie auch nicht. Also es gibt entscheidende Downsides dabei. Es kostet viel mehr. Man lernt in dem Prozess eigentlich sehr, sehr wenig, weil man auf ein Ziel hinarbeitet, was in einem Jahr erst greift. Und man nimmt die Leute nicht mit. Und das ist etwas, was entscheidend ist. Es reicht nicht zu sagen, ich habe hier zum Beispiel WhatsApp, ich installiere mir das auf dem Handy, dann kann ich kommunizieren. Das ist ein sehr linearer Prozess. Ein regulatorischer Prozess ist sehr komplex. Da reicht es nicht zu sagen, lieber Mitarbeiter, hier hast du eine App, da drückst du auf den Knopf und dann arbeitest du damit. Sondern dieser Mindshift, der muss mitgegangen werden. Also die Technologie muss mit den Menschen zusammen eben diesen Prozess durchleben. Sind das auch Lernprozesse? Das heißt, dass eben auch die Mitarbeiter ja auch ein Stück weit mitgenommen werden müssen, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so affin sind, was diese neuen Technologien anbelangt, um das zu verstehen und da auch wirklich mitzugehen. Ich habe aber trotzdem auch noch eine Frage. Gerade weil du es gesagt hast, jetzt hat man vielleicht, wünscht sich natürlich gerade auch der kleinere, aber auch der größere, so diese Big Bang, wie du sagst, Lösung, wo alles passt. Vielleicht auch ein Stück weit aus Angst, dass vielleicht, wenn man das nicht macht, dass man vielleicht alle Schnittstellen nicht beachten kann, weil das ist ja auch nochmal so eine Thematik. Man hat ja dann doch schon durchaus das ein oder andere Programm und passt das dann alles zusammen? Ist das kompatibel? Da stelle ich mir auch immer vor, das könnte ja auch mal nach hinten losgehen, wenn man dann in die falsche Software investiert, dass nachher die Schnittstellen nicht passen und dann macht man das Ganze wieder von vorne. Wie kann ich darauf achten, dass das von Anfang an passt? Ich glaube, das ist ein Thema, wenn ich eine IT-Landschaft habe, die schon vielleicht etwas in die Jahre gekommen ist. Wenn ich also schon eine zerklüftete IT-Landschaft habe von Tools, die keine modernen Schnittstellen anbieten überhaupt, dann kann das zum Problem werden. Da muss man also wirklich eine Evaluierung machen vorher, was wird überall überhaupt gebraucht. Oft wird auch aufgeräumt, dass man sagt, mit der Einführung eines neuen Tools kann ich vielleicht zwei weitere abschalten, weil das neue Tool vielleicht diese Prozesse mit beherrscht. In den letzten, auch wieder fünf bis zehn Jahren, seit diese vertikal SaaS, also Software as a Service, aufgekommen ist, ist eigentlich dieses Sprechen zwischen den Tools über sogenannte REST-APIs kein Problem mehr. Entweder sind es standardisierte Schnittstellen, wo dann eben Informationen hin und her gereicht werden, oder man muss etwas anpassen und programmieren. Und seit einigen Jahren gibt es auch noch die Möglichkeit, Tools zu verwenden, die andere Tools miteinander kommunizieren lassen, die überhaupt miteinander nichts zu tun haben wollen. Also es gibt sogenannte Middleware-Programme, wo das einfach forciert wird und Automatisierung ermöglicht wird. Das heißt, geht nicht, gibt es eigentlich nicht, das darf kein K.O.-Kriterium sein, dass jemand sagt, aber da funktioniert die Schnittstelle nicht. Korrekt, ja. Es sei denn, ich habe noch einen 486er-PC im Keller stehen. Oder ein Amiga. Oder ein Amiga, genau. Schnelllebigkeit war ja ein Thema gerade schon und wir erleben es ja selbst. Was heute modern ist, ist in einem Jahr eigentlich schon wieder komplett out. Wohin entwickelt sich denn die Digitalisierung im Bereich Regulatory Affairs und Qualitätsmanagement? Können wir da so mit richtigen Innovationssprüngen rechnen? Davon gehe ich eigentlich zu 100 Prozent aus. Sei es jetzt GPT, sei es jetzt eine digitale Submission zum Notified Body. Da gibt es sehr, sehr viel Rauschen gerade, was man hört. Viele benachte Stellen machen sich schon wenigstens Gedanken darüber, wie das funktionieren kann. Die Technologie ist da. Die Prozesse müssen natürlich noch ein bisschen geschärft werden, was das angeht. Ich glaube aber, dass wir große Sprünge erleben werden. So schnell, wie die Technologie sich jetzt gerade entwickelt, wird es an der Medizintechnik einfach nicht vorbeigehen. Wir kennen alle die Bottlenecks, was Notified Bodies sind aktuell. Und da kann eben diese Technologie helfen. Und zwar sehr, sehr stark. Zum Thema GPT, weil ich es jetzt eingeworfen habe, würde ich gerne noch hinzufügen, wer die Hoffnung darauf setzt, dass man eine komplette Akte einer AI in den nächsten Jahren gibt und dann macht die irgendwas damit, würde ich ein bisschen beruhigen, diese Hoffnung. Wenn ich allerdings AI zusammen mit Objekten, also mit strukturierten Daten zusammen verwende, dann wird ein Schuh draus. Was sich die Branche natürlich ganz arg wünscht, und das geht in die Richtung der ITD, ist natürlich auch tatsächlich so ein Zulassungsprozess mit der benannten Stelle, aber auch mit Behörden, und das kann ja auch weitergesponnen werden, der einfach auch in Echtzeit stattfindet, dass da eine Echtzeitkommunikation ist, dass diese lange Wartezeiten passé sind, dass man immer sieht, wo stehe ich denn eigentlich aktuell gerade mit meiner Arbeit, wie weit sind denn die anderen, kann ich vielleicht schon wieder ein Stück weiter arbeiten, weil da schon was zurückkam. Das sind natürlich Möglichkeiten in Regulatory Affairs, gerade im Bereich der Zulassung, die unbedingt kommen müssen. Absolut. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das passieren wird. ITD, hast du gerade angesprochen, Julia, die elektronische, technische Dokumentation. Wenn man jetzt mal so einen Überblick verfassen möchte, wo können wir denn überall dieses E davor setzen? ITD, welche Prozesse können wir denn tatsächlich digital abbilden? Ja, da ist sehr viel Potenzial drin, weil einfach ziemlich viele Informationen in vielen Prozessen gleichzeitig leben. Das heißt, wenn ich dieses E nehme, dann klemme ich das sehr gerne vor die Clinical Evaluation als E-CEA oder E-PMS oder E-Risk. Wenn ich eine Risikoanalyse zum Beispiel habe oder meine Risk-Benefit-Analyse geschrieben habe, dann brauche ich die in der Klinik. Ich brauche sie im Postmarket. Warum muss ich das überall reinkopieren, wenn es doch schon vorhanden ist als Single Source of Truth? Deswegen gibt es da ein unglaubliches Potenzial, um Redundanzen zu reduzieren. Und wenn ich anfangen müsste, dann würde ich wahrscheinlich mit der klinischen Bewertung anfangen. Denn die klinische Bewertung ist ein Sammelsorium vieler Informationen. Da habe ich schon 40, 50 Prozent meiner ETD, also der technischen Akte generell gesagt, schon eigentlich fertig digitalisiert. Und was ist dann Schritt zwei? Was wir auf jeden Fall raten, ist das Zulassungsmanagement redundanzfrei zu gestalten. Um bei dem Beispiel der klinischen Bewertung zu bleiben, ich habe eine klinische Bewertung in vielleicht drei Versionen, aber vielleicht 50 Länderzulassung. Und in einer digitalen Umgebung lebt dieses Dokument nur einmal auf dem Server und nicht 50 Mal in verschiedenen Versionen. Und ich verliere irgendwann den Überblick. Noch gar nicht von den Inhalten gesprochen. Das ist dann wahrscheinlich ein logischer nächster Schritt. Also letztendlich geht es auch immer darum, den Überblick zu halten. Tatsächlich auch eines der größten Probleme auch der Unternehmen, die manchmal auch schon sagen, ich weiß ja eigentlich schon gar nicht mehr, wo alles steht und wo ich was wie anpassen muss und rüber kopieren muss und copy-pasten muss. Und die Anfälligkeit für Fehler ist da einfach zu hoch und da muss man was machen. Absolut. Ja, schneller, sicherer, effizienter. Wir haben jetzt sehr viel von den Vorteilen gehört, der Digitalisierung in Bereichen RA und QM. Aber auch bei unseren Veranstaltungen kriegen wir immer wieder mit. Also viele haben sich noch nicht auf den Weg gemacht. Die stehen noch. Woran liegt es denn genau? Was sind denn die Gründe, dass man sich da so schwer tut? Das, was du sagst, Meinrad, möchte ich direkt untermauern, weil, Michael, du warst ja auch bei unserem Infomarkt der Möglichkeiten, wo es eben um die Vorstellung von RA und QM Lösungsansätzen ging. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben vor der Veranstaltung, bevor die Pitches losgingen, ja so eine kleine Umfrage gemacht mit den Teilnehmern. Und ich fand es wirklich schon fast erschreckend. Also ich glaube, ihr Anbieter hattet mit dieser Zahl gerechnet. Wir hatten nicht mit dieser Zahl gerechnet, wie wenig Unternehmen sich mit dieser Thematik überhaupt schon auseinandersetzen. Und auch wenn sie sich damit auseinandersetzen, wurden noch keine Entscheidungen getroffen. Richtig. Wir stehen da nicht irgendwo mittendrin in der Transformation, sondern wir stehen eigentlich immer noch am Anfang. Komplett am Anfang, ja. Und das kann ich auch so bestätigen, wir haben immer so ein Hauptfeedback. Wenn wir unsere Lösung vorstellen, dann kriegen wir eigentlich immer zu hören, meine Güte, ich wusste gar nicht, was alles schon möglich ist heute. Deswegen, ich kann nur sagen, man muss sich einfach anschauen, was es am Markt gibt, was für Lösungsansätze es jetzt schon gibt heute und auf den Zug so schnell wie möglich aufspringen. Weil unterm Strich geht es nicht nur um Kosten senken, Ressourcen sparen, sondern es geht auch einfach darum, unterm Strich einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Ja, das können wir nur ergänzen und auch sagen, nicht abwarten, nicht aussitzen, nicht gucken, was macht denn der Nachbar. Und ich gucke dann erst mal, wenn dann alle die allumfassende Lösung haben, dann mache ich es auch, sondern tatsächlich jetzt anfangen und dranbleiben. Ansonsten verliert man den Anschluss. Die MDR und IVDR geht nicht weg. Nein. Das ist mal ein ganz klarer Appell. Herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch. Ich fand es sehr aufschlussreich. Ich gehöre nicht zur Generation der Digital Natives. Ich bin noch ein analoges Kind. Aber wir werden, glaube ich, noch ganz viel erleben in diese Richtung in der Zukunft. Danke dir, Michael. Dankeschön. Und danke dir, Julia. Gerne. Aber bevor wir uns verabschieden, unsere Hörer wissen das schon, wollen wir noch die drei Fragen zum Steckbrief an euch richten, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich stelle euch jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft jeweils nur eine Option auswählen. Wandern oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Fahrradfahren. Mhm. Selber kochen oder essen gehen? Ich darf nur eine, gell? Essen gehen. Ich mag eigentlich beides. Ich bin Fan von Nahrung allgemein. Aber ich würde sagen, selber kochen. Mhm. Es ist fast jedes Mal eine Frage mit Essen dabei. Aber Frage drei. Hochdeutsch oder Dialekt? Hochdeutsch. Hochdeutsch. Ich glaube, das haben wir heute gehört. Das waren die drei Fragen. Gott sei Dank musste ich mich nicht entscheiden. Also herzlichen Dank. Uns hat es hier riesen Spaß gemacht im Studio und ich hoffe, euch da draußen auch. Und kleine Vorausschau. Es geht jetzt ja dem Sommer entgegen und in der nächsten Folge werden wir euch ein Sommerspecial präsentieren. Seid mal gespannt, was wir für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns auf euch und sagen für heute zumindest einmal Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Diese Folge von Metac on Air wird euch präsentiert von dem DigiHub Schwarzwald Bar Heuberg, der Drehscheibe für digitale Innovationen in der Region. Der Hub vernetzt branchenübergreifend Kompetenzen und Einrichtungen, um die regionale Digitalisierung weiterzubringen und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. Weitere Informationen zum DigiHub Schwarzwald Bar Heuberg findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Das war Metac on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Meinrad Kempf. Abonniert unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.